Wo will sie denn jetzt hin mit dem Ball? Tor! Lothar Skelin! Manchmal reicht es, den Ball einfach gut zu platzieren, wie in diesem Fall. So, und das war dann wohl Maßarbeit pur. Sechs Minuten hat es gedauert und schon haben wir... So, und das war dann wohl... 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 Vielen Dank.